Die nächste Sache ist die, dass sein Auto nicht anspringt. Schuld ist der außergewöhnliche Kälteeinbruch, verursacht durch den Polarwirbel, ein Begriff, der jetzt schon im Internet jede Menge Witze von Bühnenkomikern in Bezug auf ihre Ehefrauen hervorgebracht hat. Sam kann's nachvollziehen. Bevor sie sich ihm endgültig verweigerte, pflegte Gwyneth, das Bettlaken zu wechseln, um anzukündigen, dass sie endlich mal wieder gedachte, ihm auf jungfräulichem Untergrund ein schmallippiges, wässriges, grollendes Almosen zu reichen. Und gleich im Anschluss wechselte sie das Laken erneut, um die Botschaft zu unterstreichen, dass er, Sam, eine verseuchte, vertreckte, verlauste Verschwendung ihrer Waschmaschine war. Sie hatte es aufgegeben, ihm etwas vorzutäuschen. Schluss mit dem Pappmaché-Gestöhne, sodass der Akt jedes Mal in gruseliger Stille stattfand, gehüllt in eine rosafarbene, ekelhaft süße Weichspüler-Aura. Er sickerte ihm in die Poren, dieser Geruch. Insofern wunderte es ihn, dass er überhaupt noch funktioniert hatte. Dazu noch mit Elan. Tja, er schaffte es eben immer wieder, sich selbst zu überraschen. Wer weiß, was sein nächstes Ding ist? Er jedenfalls nicht. So beginnt der Tag. Beim Frühstück, das allein schon ein Desaster ist, eröffnet ihm Gwyneth, dass es aus sei mit ihrer Ehe. Sam lässt die Gabel fallen, nimmt sie wieder in die Hand und schiebt sein restliches Rührei beiseite. Gwyneth hat immer die zartesten Rühreier gekocht. Also kann er nur Schluss folgern, dass das heutige gummiartige Rührei mit seiner Ausweisung als Gesamtpaket zusammengehört. Sie will ihm nicht mehr gefallen. Ganz im Gegenteil. Sie hätte ja wenigstens warten können, bis er seinen Kaffee getrunken hat. Sie weiß, dass er sich ohne Koffeinzufuhr nicht konzentrieren kann. Sie sitzt ihm gegenüber am Tisch, gewappnet für den zweifellos erwarteten Nahkampf. Das Haar streng aus der Stirn gehakt und dem Nacken zusammengedreht wie ein Druckverband und ihre rechtwinkligen Goldohrringe und die klobige Halskette unterstreichen die metallische Schärfe ihres Urteils. Ihr Gesicht wurde in Vorbereitung auf diese Szene geschminkt. Lippen in der Farbe von getrocknetem Blut, braun in Gewitterwolken schwarz. Und sie hat die Arme über ihren einst so einladenden Brüsten verschränkt. Kein Einlass, Freundchen. Das Schlimmste ist, unter dem Panzer, in den sie sich zurückgezogen hat, ist er ihr gleichgültig geworden. Jetzt, wo jede Form von Melodram von beiden aufgebraucht wurde, ist es mittlerweile so, dass er sie langweilt. Sie zählt die Minuten, bis er endlich geht. Er steht vom Tisch auf. Sie hätte ja den Anstand besitzen können, ihre Anweisung zu verschieben, bis er angezogen und rasiert ist. Ein Mann in einem fünf Nächte lang getragenen Schlafanzug ist klar im Nachteil. Wohin gehst du? fragt sie. Wir müssen das jetzt besprechen. Können wir später machen, sagt er, das notarielle Zeug. Ich muss packen. Wenn ihre Nummer geblufft ist, wäre das der Moment. Aber nein. Sie hält ihn nicht auf. Sie sagt nicht mal, ach Quatsch, Sam. Ich hab's nicht so gemeint. Du musst jetzt nicht sofort gehen. Setz dich hin und trink deinen Kaffee. Wir sind doch Freunde. Aber sie sind keine Freunde mehr, wie es scheint. Wie du möchtest, sagt sie mit gleichbleibend finsterem Blick. Und so ist er gezwungen, in seinem Schlafanzug mit den springenden Schafen, den sie ihm vor zwei Jahren zum Geburtstag geschenkt hat, als sie ihn noch süß und witzig fand, und den ausgelatschten Wollpantoffeln beschämt, aus der Küche zu schlurfen. Er hat es kommen sehen. Nur noch nicht so bald. Er steigt in seine Jeans und zieht ein Sweatshirt über, stopft ein bisschen Zeug in seinen Seesack, den er schon länger besitzt wegen eines nie verwirklichten Seefahrerprojekts. Rasierer, Socken, Unterhosen, T-Shirts. Er geht rüber ins Gästezimmer, wo er sein Büro hat und schiebt hastig Laptop, Telefon und ein Knäuel Ladekabel in seine Computertasche. Ein paar lose Dokumente, nicht, dass er Vertrauen im Papier hätte. Brieftasche, Kreditkarten, Reisepass steckt er in diverse Taschen. Wie kann er das Haus verlassen, ohne bei seinem kläglichen Rückzug von ihr gesehen zu werden? In Bettlaken verdrehen, aus dem Fenster steigen, die Hauswand runterklettern? Er denkt nicht klar. Er schielt fast vor Wut. Um nicht auszurasten, kehrt er zu seinem altgedienten Gedankenspiel zurück. Angenommen, er wäre ein Mordopfer. Wäre seine Zahncreme ein Hinweis? Ich schätze, diese Tube wurde vor 24 Stunden zuletzt benutzt. Das Opfer war zu dem Zeitpunkt also noch am Leben. Was ist mit seinem iPod? Wir wollen mal sehen, was er sich angehört hat, bevor das Tranchiermesser in sein Ohr getaucht wurde. Seine Playlist könnte ein Code sein. Oder die furchtbaren Manschettenknöpfe mit den Löwenköpfen und seinen Initialen, die ihm Gwyneth vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt hatte. Die können unmöglich ihm gehören, einem Mann mit Geschmack. Die müssen dem Mörder gehören. Aber nein, es waren seine. So sah Gwyneth ihn damals, kurz nachdem die Beziehung begangen. König des Dschungels, der kraftstrotzende Jäger, der sie sanft hin und her warf und die Zähne in ihr Fleisch versenkte, der die lustvoll zappelnde Frau zu Boden drückte, eine Tatze auf ihrem Hals. Warum ist die Vorstellung, auf einem Seziertisch zu liegen, während eine Forensikerin, unweigerlich eine heiße Blondine, wenn auch mit einem Laborkittel über den festen, nüchternen Ärztinnenbrüsten, seine Leiche mit zarten, aber geübten Fingern untersucht, eigentlich so beruhigend für ihn? So jung und schon hinüber, denkt sie, Schade drum. Und dann versucht sie ganz, die kecke kleine Detektivin seinem armen, ausgelöschten Leben nachzuspüren, indem sie seinen abwiegen Fußstapfen folgt, die in die falschen Kreise und schließlich zu seinem tragischen Ende führten. Viel Glück, Schätzchen, strahlt er ihr aus seinem kalten, weißen Kopf entgegen. Ich bin ein Rätsel. Du wirst niemals meine Handynummer kriegen. Du wirst mich niemals festnageln. Aber mach das nochmal mit den Gummihandschuhen. In einigen dieser Fantasien fährt er hoch, weil er plötzlich doch nicht tot ist. Schreie, dann küsse. In anderen Versionen fährt er hoch, obwohl er tot ist. Augäpfel drehen sich in den Hinterkopf, doch zwei gierige Hände greifen nach den Knöpfen ihres Laborkittels. Das ist ein anderes Szenario. Noch ein Sweatshirt rein in den Seesack. So, das sollte reichen. Wann sehen wir uns? Ruft sie, als er schon aus der Tür ist. Ich schick dir eine SMS, sagt er. Ein schönes Leben noch. War das zu bitter? Ja. Rachsucht ist ein Fehler. Sei kein Arsch, Sam, sagt er zu sich. Bleib locker. Das ist der Moment, als das Auto beschließt, nicht anzuspringen. Voll vergeigt der finale Abgang. Es wird also nichts mit den quietschenden Reifen und du kannst mich mal um die Ecke verschwinden, um aufs Neue in sie zu stechen. Denn wer braucht sie, diese Weiber, die einen runterziehen wie Zementstiefel. Noch einmal lässig, gewinkt und schüß, auf zu neuen Abenteuern. Er versucht erneut, den Motor zu starten. Klick, Klick. Klick, tot wie November. Sein Atem verwandelt sich in der eiskalten Luft in Rauch. Seine Fingerspitzen färben sich weiß. Seine Ohrläppchen werden taub. Er ruft den Pannendienst an, damit jemand kommt und ihm Starthilfe gibt. Aber es läuft nur eine Stimme von Band. Ein Mitarbeiter werde in Kürze zur Verfügung stehen. Aufgrund der Wetterbedingungen liege die durchschnittliche Wartezeit jedoch bei zwei Stunden. Er solle bitte in der Leitung bleiben, dann Musik. Frier dir ruhig die Eier ab, lautet der unausgesprochene Text. Dank des Polarwirbels verdienen wir uns gerade dumm und dämlich. Sei schlau. Kauf dir ne Motorheizung. Leck mich am Arsch. Und so schlurft er zurück ins Haus. Gut, dass er noch seinen Schlüssel hat. Wobei Schloss auswechseln lassen garantiert ganz oben auf Gwyneths To-Do-Liste steht. Was willst du denn schon wieder hier, fragt sie. Betretenes, gewinnendes Lächeln. Ob sie so liebenswürdig wäre und mal nachgucken könnte, ob nicht vielleicht ihr Auto anspringt, um ihm eventuell Starthilfe zu geben. Sonst muss ich hier warten, bis der Pannendienst kommt, sagt er mit einem hoffentlich unbekümmernd wirkenden Lächeln. Das könnte Stunden dauern. Es könnte, ich könnte den ganzen Tag hier sitzen. Das willst du doch nicht. Nein, das will sie nicht. Sie stößt einen langen, leidenden Seufzer aus. Ein streikendes Auto ist nur ein Punkt von vielen auf der endlosen Schriftrolle seiner Unfähigkeiten und beginnt, ihren Körper mithilfe von Mantel, Handschuhen, Schals und Stiefeln Wärme zu dämmen. Er hört, wie sie ihre unsichtbaren Ärmel hochkrempelt. Dann wollen wir mal. Ihn aus der Verlegenheit retten, abstauben, aufpolieren, bis er glänzt wie neu, dergleichen war einst ihr Hobby, dem sie voller Stolz nachging. Wenn ihn jemand auf Vordermann bringen konnte, dann sie. Aber sie hat versagt. Damals, als sie zusammenfanden, nachdem sie in seinen Laden kam, auf der Suche nach etwas Passendem zu einem kürzlich geerbten, hässlichen, antiken King Charles Spanier aus Porzellan, fand Gwyneth ihn regelrecht unwiderstehlich, verwegen, prickelnd und doch unterhaltsam wie ein Nebendarsteller in einem Musical aus den 50er Jahren. Der liebenswert lustige Gangster, frech, aber im Grunde genommen ein herzensguter Mensch. Womöglich hatte ihr noch nie zuvor ein Mann so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie er. Dieser exakte, prüfende Blick, als wäre sie eine kostbare Teetasse. Sie hätte einfach nicht so offen sein dürfen gegenüber fremden Männern, also ihm. Sie hätte sich mit Informationen stärker zurückhalten müssen. Die toten Eltern, die Erbschaft, genug um ihren Job als Lehrerin an den Nagel hängen und endlich das Leben genießen zu können. Nur wie auftritt Sam, wie auf Stichwort, der mit profundem Wissen über King Charles aufwarten konnte und sie mit höflicher, anerkennender Lüsternheit anlächelte. Mit ihm konnte man Spaß haben. Ein Talent, das nur wenige besaßen. Und davon gab er gerne etwas ab. Er war relativ direkt mit ihr gewesen. Oder sagen wir, er hatte sie nicht direkt angelogen. Er hatte ihr erzählt, er bezüge seine Einkünfte aus dem Antiquitätenladen, was teilweise der Wahrheit entsprach. Woher der Rest stammte, erwähnte er nicht. Er hatte ihr erzählt, es sei sein Laden, was richtig war und dass er einen Partner habe, was ebenfalls stimmte. Was sie in ihm sah, war ein aufregender Mann, ein Macher, ein Magier im Bett. Was er in ihr sah, war eine respektable Fassade, hinter der er eine Zeit lang in Deckung gehen konnte. Es war schön, nicht mehr in Motels wohnen oder im Hinterzimmer des Ladens kampieren zu müssen. Also traf es sich gut, dass sie schon ein Haus besaß. Mit einem Zimmer für ihn, wenn er mal da war. Was immer seltener der Fall war, nachdem Gras über die Sache gewachsen war. In seinem Job musste man viel unterwegs sein, erklärte er ihr. Möbel angucken. Zugegeben, die Ehe mit ihr hatte gewisse Vorzüge, anfangs zumindest. Er wurde verwöhnt, es war komfortabel. Er war kein totales Arschloch. Er hatte sich überwinden müssen, aber er hatte sogar geglaubt, es könnte klappen mit der Ehe. Er wurde schließlich nicht jünger, vielleicht wäre es gut, allmählich etwas kürzer zu treten. Und wenn sie von der Optik jetzt nicht wirklich die heißeste Schnitte war. Heiße Schnitten konnten ziemlich egozentrisch sein. Sie waren anspruchsvoll und launisch. Gwyneth war nicht so phänomenal aufreizend, dass sie ihn nicht zu schätzen gewusst hätte. Einmal hatte er sie nackt aufs Bett gelegt und mit 100-Dollar-Scheinen bedeckt. Fette Sache für ein braves Mädchen wie sie und was für ein Aphrodisiakum. Doch der periodisch auftretende und zunehmend ernsthafte Mangel an 100-Dollar-Scheinen, von dem sie irgendwann Wind bekam, das erste Mal, als er Pech hatte und sie um einen Kredit anhauen musste, hatte den gegenteiligen Effekt. Es verengte ihren Blick, ließ ihre Brustwarzen zu Rosinen schrumpfen, trocknete sie aus wie eine Backpflaume. Gerade da, wo er eine ordentliche Ladung Mitgefühl und Trost gebraucht hätte, wurde er quasi in den Kühlschrank gesperrt, trotz seiner großen blauen Augen. Sein Leben lang hatte er sich auf sie verlassen, auf seine großen blauen Augen, runde, ehrliche Augen, Hochstapler-Augen. Er kriegt die Nummer mit den blauen Augen zwar noch hin, es funktioniert, meistens zumindest. Wenn auch natürlich nicht bei Männern. Männer erkennen eher, wenn andere Männer scheiße reden. Der Trick bei den Frauen ist, man muss ihnen auf den Mund starren. Einer der Tricks. Er und Gwyneth haben keine Kinder, also sollte das Warten in der Scheidungsschlange nicht allzu lange dauern. Sobald die Formalitäten vom Tisch sind, wird Sam mal wieder nichts mit sich anzufangen wissen. Er wird durch die Welt ziehen, wie eine Schnecke, das Haus auf dem Rücken. Und wohlmöglich fühlt er sich so tatsächlich am wohlsten. Er wird eine lustige Melodie pfeifen, er wird durch die Lande streifen, er wird wieder nach sich selbst riechen. Gwyneths Auto springt problemlos an. Sie stellt den Motor ab, blickt ihn kuhäugig durchs Fenster an, verfolgt mit selbstzufriedener Miene sein steifhingriges Hantieren mit dem Starthilfekabel und hofft vielleicht, dass er sich einen tödlichen Stromschlag holt. Aber dieses Glück wird ihr nicht zuteil. Er gibt ihr ein Zeichen, den Motor anzulassen und der Saft fließt von ihrem Auto in seins. Und er ist wieder mobil. Man tauscht ein angestrengtes Lächeln aus. Er lässt den Wagen auf die vereiste Straße gleiten und winkt ihr zu. Aber sie hat sich schon weggedreht. Sein Parkplatz hinter dem Gebäude ist ausnahmsweise nicht besetzt. Der Laden liegt westlich auf der Queen Street, genau dort, wo die anrückende Trendwelle auf schäbige Ödnis trifft. Auf der einen Seite sind angesagte Coffeeshops und Clubs, auf der anderen sind Pfandleiher und billige Klamottenläden mit vergilbter Ware auf ramponierten Schaufensterpuppen. Meat Razzle, verkünden die Lettern auf seinem Schild. Im Schaufenster steht eine Teakholz-Esszimmer-Garnitur aus den 50er Jahren, dazu eine Stereoanlage aus hellem Holz. Vinyl ist wieder in. Irgendein junger Mensch mit reichen Eltern wird diesen Kasten unwiderstehlich finden. Meat Razzle hat noch nicht auf und Sam klimpert sich seinen Weg durch die diversen Schlösser. Sein Partner ist schon da, im Hinterzimmer bei seiner üblichen Beschäftigung, nämlich Möbelfälschung. Nein, Möbelaufwertung. Nett ist sein Name, zumindest im Moment. Er ist der Patinierer, unter anderem. Er ist der Botox-Arzt des Holzes, nur dass er dafür sorgt, dass es älter aussieht statt jünger. Die Luft flirrt von feinem Sägemehl und es stinkt nach Beize. Sam hevt seinen Seesack auf einen Vintage-Ims-Stahlsessel. Scheißwetter da draußen, sagt er. Nett sieht von seiner Hammer- und Meißelarbeit auf. Er ritzt gerade ein paar Risse ins Holz. Da kommt noch was runter, sagt er. Chicago wird gerade zugekackt, der Flughafen ist schon dicht. Na, wann soll's denn hier sein, fragt Sam. Später, sagt Nett. Klack, klack, macht der Meißel. Hat sie dich rausgeschmissen, fragt Nett. Ich bin gegangen, sagt Sam so gleichgültig wie möglich. Hatte ich schon länger vor. Na, war ja nur eine Frage der Zeit, sagt Nett. Logisch. Sam weiß sie zu schätzen, Nett's nahtlose Akzeptanz dessen, was er zweifellos als massive Tatsachenverdrehung erkennt. Stimmt, sagt er. Traurig. Sie nimmt's schwer, aber die kommt schon zurecht. Ist ja nicht, als säße sie auf der Straße. Verhungern muss sie jedenfalls nicht. Klar, sagt Nett. Er hat so viele Tattoos, dass seine Unterarme wie gepolstert aussehen. Er redet nie viel, nachdem er gesessen und zurecht daraus geschlossen hat, dass vom Klappehalten noch keiner abgestochen wurde. Er mag diesen Job und ist dankbar dafür, was gut ist, weil er ihn nicht aufs Spiel setzen wird, indem er zu viele Fragen stellt. Andererseits hortet er eingehende Informationen wie ein Datenschürfer und spuckt sie, wenn nötig, präzise wieder aus. Sam entlockt ihm die Auskunft, dass gestern spät ein Kunde da gewesen sei. Nett kannte ihn nicht. Ein Typ in ner teuren Lederjacke. Er hatte sich die Schreibtische alle genau angeguckt. Komisch, dass er mitten im Schneesturm unterwegs war, aber manche machen's sich ja gern schwer. Sonst war der Laden leer, wenig überraschend. Das gut erhaltene Teil im Direktois-Deal fand der Typ interessant. Er fragte nach dem Preis und wollte sich's überlegen. Wollte das Teil zwei Tage reservieren lassen, hat 100 Dollar angezahlt, in bar, in dem Umschlag neben ner Kasse. Name steht drin. Nett meißelt weiter. Sam spaziert zur Ladentheke, öffnet lässig den Umschlag. Zwischen dem Geld in 20-Dollar-Scheinen steckt ein Stück Papier. Er zieht es heraus. Es steht nichts weiter drauf, nur Adresse und Telefonnummer. Er macht nett nichts vor, aber sie arbeiten nach dem Prinzip der maximalen Bestreitbarkeit. Es könnte immer alles verwandt sein, so Sams Motto. Er sieht sich die Bleistiftzahl an, 56, archiviert sie in seinem Kopf, knüllt den Zettel zusammen und steckt ihn ein. Im nächstbesten Klo wird er ihn runterspülen. Ich fahr mal zu der Auktion, sagt er. Vielleicht findet sich ja was. Viel Glück, sagt Nett. Bei der Auktion werden Lagereinheiten versteigert. Sam besucht zwei bis drei davon die Woche, wie so viele in der Antiquitätenbranche, die, die in Reichweite sind. Nicht weiter als zwei Stunden mit dem Auto. Länger und die Einnahmen lohnen die Investitionen nicht. Zumindest nicht im Schnitt. Wobei es Bieter gibt, die Glück hatten und ein Vermögen ersteigert haben. Wer weiß, wann ein echter alter Meister auftaucht, begraben unter Staub- und Firnessschichten oder eine Schachtel voller Liebesbriefe eines toten Promis und seine heimliche Geliebte oder eine Sammlung falscher Juwelen, die sich als echt entpuppen. Reality-Shows hatten neuerdings angefangen, Leute angeblich in dem Moment zu filmen, wo sie die Einheit öffnen und dann Bingo! Irgendein Fund, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt und alle machen Oh und Ah. Das ist Sam noch nie passiert. Trotzdem, es hat was Höchstbietender zu sein, den Schlüssel zu der Einheit überreicht zu bekommen und die Tür aufzuschließen. Mit einem Schatz zu rechnen. Denn was immer an Krimskrams drin ist, für die Leute selber muss es ja mal ein Schatz gewesen sein. Sonst hätten sie sicher nicht die Mühe gemacht, das Zeug überhaupt einzulagern. Ich bin dann wohl gegen vier wieder da, sagt Sam. Er teilt nett immer den Zeitpunkt seiner voraussichtlichen Rückkehr mit. Das gehört zu seinem Seemannsgahn. Er kann einfach nicht anders. Er hat gesagt, er wäre gegen vier zurück. Besorgt? Nee, besorgt sah der nicht aus. Obwohl, vielleicht ein bisschen nervös. Er fragte nach einem Kunden, der im Laden war. Lederjacke hat sich für die Schreibtische interessiert. Schreib mir eine SMS, wann ich den Transporter losschicken soll, sagt Ned. Hoffen wir mal, dass es sich überhaupt lohnt, sagt Sam. Die Einheiten müssen innerhalb von 24 Stunden geräumt werden. Man kann das Zeug nicht einfach da lassen, wenn man es nicht haben will. Man hat es gewonnen, also gehört es einem. Die Betreiber sind alles andere als scharf drauf, das frisch verkaufte Zeug für Teuergeld zur Müllhalde zu schaffen. Die Geschichte, auf die sich Sam und Ned wortlos geeinigt haben, geht so, dass Sam nach brauchbaren Möbelstücken sucht, die Ned dann restaurieren kann. Und genauso ist es ja auch. Es macht ja Sinn. Vervorsichtig, sagt Ned. Ich habe eine SMS von ihm bekommen, ich soll den Transporter schicken. Das war um 14.36 Uhr. Das weiß ich, weil ich auf die Uhr geguckt habe, auf die Artiku Uhr da hinten. Sehen Sie die? Die geht auf die Minute genau. Und dann, keine Ahnung, hat er sich in Luft aufgelöst. Hatte er Feinde? Ich arbeite nur hier. Obwohl? Doch, ja, er hat erzählt, er hätte Streit gehabt mit seiner Frau, Gwyneth, glaube ich. Ich kannte sie kaum. Er hat sie verlassen beim Frühstück. Er war klar, die hat ihn immer nur eingeengt, immer an der kurzen Leine gehalten, eifersüchtig, besitzergreifend, hat er mir erzählt. Die hat ihn total vergöttert. Sie konnte nie genug von ihm kriegen. Ob sie jemals gewalttätig? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Außer das eine Mal, als sie mit einer Weinflasche nach ihm warf, einer leeren. Aber bei solchen Frauen knallt ja manchmal einfach eine Sicherung durch. Da setzt was aus. Er macht sich ein paar warme Gedanken mit der Vorstellung, wie seine Leiche entdeckt wird. Nackt oder angezogen? Drinnen oder draußen? Messer oder Pistole? Allein? Diesmal springt der Wagen an, was Sam als Gutes oben auffasst. Er erreicht das Gelände etwas zu früh, parkt das Auto, geht ins Büro, meldet sich an. Alles ist genau wie immer. Er schaut auf sein Telefon, ob er Nachrichten hat. Dieses und jenes, dieses und jenes und Gwyneth. Morgen treffen? Lass uns die Sache zum Abschluss bringen, schreibt sie. Er antwortet nicht, aber er löscht die Nachricht auch nicht. Soll sie ruhig warten. Nach und nach treffen ein paar Leutchen ein, kaum der Rede wert. Wenig Besucher ist gut, gibt dann weniger Konkurrenz, die Gebote bleiben im Rahmen. Der Auktionator kommt fünf Minuten zu spät mit einem Kaffee im Pappbecher und einer Tüte Donuts, wirft einen genervten Blick auf die dürftige Ausbeute und schaltet sein Handy-Mikro an. Das er kaum brauchen wird, ist ja nicht gerade ein Football-Spiel, aber wahrscheinlich gibt es ihm ein Gefühl von Wichtigkeit. Es sind sieben Lagereinheiten, die heute unter den Hammer kommen, sieben gleichgültige Inhaber, die nie wieder aufgetaucht sind. Sam bietet bei fünfen mit, er steigert vier, lässt die fünfte sein, weil es so plausibler ist. Die, die er wirklich will, ist die zweite, Nummer 56, so lautet die Zahl in seinem Umschlag. Da wird die geheime Fracht verstaut sein. Aber er sieht zu, dass er immer gleich mehrere Einheiten erwirbt. Nachdem die eigentliche Veranstaltung vorbei ist, regelt er mit dem Auktionator das Finanzielle und bekommt die Schlüssel zu den vier Einheiten überreicht. Sie haben 24 Stunden, dann muss das Zeug raus sein, sagt er. Besen rein, dass wir uns nicht missverstehen. Sam nickt, er kennt die Regeln, aber was soll's. Er wartet immer gerne, bis die anderen Bieter abgehauen sind. Er will nicht, dass ihm irgendwer über die Schulter guckt. Er wird die Nummer 56 als letzte öffnen. Bis dahin ist sicherlich keiner mehr da. In der ersten Einheit stapeln sich die Kisten bis unter die Decke. Sam wirft einen Blick hinein. Scheiße, hauptsächlich Bücher. Er hat keine Ahnung, was Bücher wert sind. Also wird er mit einem Bekannten, einem Bücherspezialisten einen Deal machen. Wenn was wirklich bemerkenswertes dabei ist, kriegt Sam einen Anteil. In der nächsten Einheit steht nur ein alter Motorroller, eines dieser leichtgewichtigen italienischen Dinger, diese annähernden Dreiräder. Er macht die nächste Einheit ausfindig, schiebt den Schlüssel ins Schloss. Dritter Versuch. Diesmal klappt's bestimmt. Was, wenn's ne Schatztruhe ist. Noch immer kann ihn die Möglichkeit in Aufregung versetzen, obwohl er genau weiß, dass er genauso gut an den Osterhasen glauben kann. Er schiebt die Rolltür hoch, macht Licht. Direkt vor seiner Nase hängt ein weißes Brautkleid mit riesigem Glockenrock und großen Puffärmeln. Es steckt in einem durchsichtigen Plastikbeutel mit Reißverschluss, wie frisch aus dem Laden. Es sieht ungetragen aus. Ein paar neu aussehende weiße Seidenschuhe wurden unten in den Beutel geschoben. An jedem Ärmel steckt ein langer weißer Handschuh. Das sieht gruselig aus. Die Handschuhe betonen, dass es keinen Kopf gibt. Trotz des weißen Schleiers, der, wie er jetzt sieht, von den Schultern des Kleides hängt wie eine Stola mit einem Kranz aus weißen Stoffblümchen und Saatperlen. Wer lagert denn sein Brautkleid ein, fragt sich Sam. So was machen Frauen doch nicht. In einem Schrank, in einer Truhe, meinetwegen, aber doch nicht einlagern. Wo hat Gwyneth eigentlich ihr Brautkleid? Er weiß es nicht. Nicht, dass es so üppig gewesen wäre wie dieses. Auf das volle Programm, die kirchliche Hochzeit, hatten sie verzichtet. Gwyneth sagte, so etwas tue man eher für die Eltern und ihre waren tot. Also hatten sie nur das Standesamt absolviert. Und dann hatte Sam für traumhafte Flitterwochen auf den Cayman-Inseln gesorgt. Morgensex, küssend an ihr hinaufkriechen wie eine Nacktschnecke an einem Salatblatt angefangen bei den Zehen. Oh, Sam, das ist ja, ich hätte nie geglaubt, das entspann dich. Genau so, tu deine Hand hier hin. Er konnte das wuppen. Er konnte sich das alles damals leisten. Die Strände, die Drinks, er war flüssig. Das Geld kommt rein, das Geld geht raus, so geht's halt mit dem Geld. Aber er ist der Meinung, man muss es ausgeben, solange man's hat. War das die Zeit, als er Gwennels mit 100-Dollar-Scheinen bedeckte, in den Flitterwochen? Nein, die Nummer kam erst später. Er schiebt das Brautkleid beiseite, es ist steif, es raschelt, es knistert. Hier drin ist noch mehr Hochzeitskram. Ein kleiner Nachttisch und darauf ein dicker Blumenstrauß, zusammengebunden mit einer rosafarbenen Samtschleife. Es sind hauptsächlich Rosen, aber sie sind knochentrocken. Auf der anderen Seite, hinter dem weißen Rock, steht der passende Nachttisch mit einer riesigen Torte unter einem dieser kuppelartigen Deckel wie aus der Konditorei. Sie ist mit weißer Glasur rosa und weißen Rosen aus Zucker und einem winzigen Brautpaar obendrauf. Sie ist nicht angeschnitten. Es beschleicht ihn ein sehr unbehagliches Gefühl. Er quetscht sich vorbei an dem Kleid. Irgendjemand hat seine gesamte Hochzeit hier eingelagert. Eine Nobelhochzeit. Hinter den Pappkartons steht etwas Gepäck, nagelneues Gepäck, ein Set in Kirschrot und dahinter im hintersten, dunkelsten Winkel ist der Bräutigam. Ach, du Scheiße, sagt Sam laut. Der Kältewegen entrollt sich sein Atem als weiße Wolke. Vielleicht liegt es auch an der Kälte, dass man nichts riecht. Jetzt, wo er darauf achtet, herrscht tatsächlich ein schwacher Geruch, etwas süßlich, wobei das auch die Torte sein könnte und ein bisschen nach dreckigen Socken mit einem Unterton von Hundefutter, das schon zu lange herumsteht. Sam wickelt sich den Schal vor die Nase. Ihm ist leicht übel. Das hier ist doch verrückt. Wer immer den Bräutigam hier geparkt hat, muss ein gemeingefährlicher Irrer sein, ein kranker Fetischist. Er sollte sofort gehen. Er sollte die Polizei rufen. Nein, sollte er nicht. Er würde nicht wollen, dass sie einen Blick in seine letzte Einheit Nummer 56 werfen, die, die er noch nicht geöffnet hat. Der Bräutigam ist in voller Montur, schwarzer Smoking, weißes Hemd, Halstuch, eine verwitterte Nelke im Knopfloch. Gibt es einen Zylinder? Sam kann keinen sehen, vermutet aber, dass der Zylinder irgendwo sein muss, in einem Koffer, jede Wette. Denn wer immer der Täter ist, er hat an alles gedacht. Bis auf die Braut. Es gibt keine Braut. Das Gesicht des Mannes sieht verwittert aus, ausgetrocknet wie eine Mumie. Er ist in mehrere Schichten Plastikfolie eingewickelt, Kleidersäcke vielleicht, wie der Beutel mit dem Kleid drin, Ja, Reißverschlüsse gibt's auch. Die Säume wurden sorgsam mit Paketband überklebt. Im Innern der durchsichtigen Schichten sieht der Bräutigam aus, als wäre er unter Wasser. Die Augen sind geschlossen, wofür Sam dankbar ist. Wie haben sie das geschafft? Sekundenkleber? Tesafilm? Er hat das seltsame Gefühl, dass ihm der Mann bekannt vorkommt. dass es jemand ist, den er kennt, auch wenn das unmöglich sein kann. Sam geht mit vorsichtigen Schritten rückwärts aus der Lagereinheit, lässt die Rolltür herunter und schließt ab. Und dann steht er davor den Schlüssel in der Hand. Was zur Hölle soll er denn jetzt machen mit dem getrockneten Bräutigam? Er kann ihn doch hier nicht eingeschlossen lassen. Er hat diese Hochzeit gekauft, sie gehört ihm. Er ist dafür verantwortlich, sie zu entsorgen. Er kann nett den Transporter nicht schicken lassen. sei denn, nett fährt selbst. Sein Stillschweigen wäre Verlass. Aber nett fährt nie den Transporter, sie heuern immer eine Firma dafür an. Und angenommen, er bittet nett bei einer anderen Firma den Transporter zu mieten, um herzukommen. Und angenommen, er wartet, bis nett kommt, indem er draußen vor der Einheit wartet, weil er nicht wollen würde, dass sich jemand einmischt. Angenommen, er würde genau hier stehen, frierend in der Dunkelheit, die bald hereinbrechen wird, und dann angenommen, sie laden die gesamte Hochzeit in den Transporter und schaffen sie zurück zum Laden. Was dann? Sollen sie den armen verschrumpelten Kerl irgendwo auf eine Wiese bringen und verscharren? Ihn in den Ontario-See kippen, indem sie sich einen Weg über das zugefrorene Ufer bahn, dass obendrein auch noch aufbrechen und sie verschlucken wird? Und selbst wenn sie es hinkriegen, würde er bestimmt an der Oberfläche schwimmen. Mumifizierter Bräutigam stellt Kripo vor Rätsel, zweifelhafte Umstände um einen ungewöhnlichen Hochzeitsgast, Hochzeitsschocker, sie heiratete einen Zombie. Eine Leiche nicht zu melden, läuft es nicht unter Verbrechen? Schlimmer, der Typ muss ermordet worden sein. Niemand landet in formeller Abend Garderobe in mehreren Plastikschichten mit Klebeband über den Reißverschlüssen, ohne zuvor ermordet worden zu sein. Während Sam seine Optionen durchgeht, biegt eine hochgewachsene Frau um die Ecke. Sie trägt eine dieser Schaffelljacken mit der Wollseite nach innen, mit hochgezogener Kapuze über blonden Haaren, sie rennt fast. Jetzt steht sie vor ihm, wirkt nervös, auch wenn sie ihre Nervosität zu überspielen versucht. Aha, denkt er, die fehlende Braut. Sie berührt ihn am Arm. Verzeihung, sagt sie, haben sie gerade den Inhalt dieses Lagerraums gekauft bei der Auktion? Er lächelt sie an, reißt seine großen blauen Augen auf, lässt den Blick auf ihren Mund ruhen und sie druckartig wieder hoch. Sie ist ungefähr seine Größe, stark genug, um den Bräutigam in die Einheit zu schaffen, selbst in ungetrocknetem Zustand. Ja, hab ich, sagt er, ich plädiere auf schuldig. Aber haben dies ist der Augenblick der Entscheidung. Er könnte ihr den Schlüssel geben und sagen, ich habe gesehen, was sie da drin angestellt haben, machen sie es selber weg. Er könnte sagen, ja, habe ich und ich rufe jetzt die Polizei. Er könnte sagen, ich habe kurz reingeguckt, sieht wie eine Hochzeit aus, ihre? Was immer sie gezahlt haben, ich gebe ihnen das Doppelte, sagt sie. Ich aber es gab ein Missverständnis. Der Scheck ging in der Post verloren und ich war geschäftlich unterwegs. Ich habe die Benachrichtigung zu spät bekommen und dann habe ich gleich den ersten Flieger genommen, aber ich saß sechs Stunden in Chicago fest, wegen Schneesturm, total eingeschneit der ganze Laden und dann der Verkehr vom Flughafen, ein Albtraum. Ich habe von dem Schneesturm gehört, sagt er, in Chicago. Echt blöd, tut mir leid, dass sie Verspätung hatten. Auf ihr finanzielles Angebot geht er nicht ein. Es hängt zwischen ihnen in der Luft, wie ihre Atemwolken. Dieser Sturm kommt auf uns zu, sagt sie. Das ist ein richtig fetter Schneesturm. Die ziehen ja immer ostwärts. Wenn sie hier nicht festsitzen wollen, sollten sie sich auf den Weg machen. Ich werde die Sache ich denke drüber nach. Das Dreifache sagt sie. Jetzt zittert sie. Es ist doch viel zu kalt, um sich jetzt durch diesen Lagerraum zu wühlen. Sollen wir nicht hier abhauen, bevor es richtig losgeht mit dem Sturm? Wir könnten doch zusammen was trinken gehen und naja, was essen oder so? Und dann reden wir noch mal drüber. Sie lächelt ihn an, ein anzügliches Lächeln, eine Haarsträhne hat sich gelöst, sie weht ihr über den Mund. Sie steckt sie zurück hinters Ohr, ohne Hast, und dann senkt sie den Blick und schaut in Richtung seines Gürtels. Sie legt noch einen drauf. Okay, sagt er, klingt gut, aber angenommen, ich akzeptiere Ihr Angebot, dieser Raum muss innerhalb von 24 Stunden geräumt werden, sonst kommen die nämlich und machen es selbst und dann behalten sie meine Kaution. Oh, ich werde schon dafür sorgen, dass er geräumt wird, sagt sie. Geschmeidig hakt sie sich bei ihm unter, aber ich brauche den Schlüssel. Gemach, Gemach, sagt Sam, wir haben uns doch noch gar nicht auf den Preis geeinigt. Sie sieht ihn an, sie lächelt nicht mehr, sie weiß, dass er Bescheid weiß. Er sollte jetzt aufhören mit dem Quatsch, er sollte das Geld nehmen und die Biege machen, aber es ist gerade so lustig, angegraben zu werden von einer echten Mörderin, echt schräg, abenteuerlich, erotisch. Er hat sich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Wird sie versuchen, ihm Gift in den Drink zu träufeln? Wird sie ihn in eine dunkle Ecke Zerrn ein Treschenmesser zücken und sich aus seiner Halsschlagader stürzen? Würde er schnell genug sein und ihre Hand packen? Er will an einem sicheren Ort umgeben von anderen Menschen sein Wissen enthüllen. Er will ihr Gesicht beobachten, während sie erkennt, dass er sie am Schlawittchen hat. Er will die Geschichte hören, die sie ihm auftischen wird. Oder die Geschichten. Bestimmt hat sie mehr als eine parat. Er zumindest hätte mehr als eine parat. Wenn man rauskommt, recht, sagt er. Bis zur nächsten Ampel, dann noch ein Stück, da ist ein Motel, das Silver Knight. Er kennt sämtliche Motelbars in der Nähe der Auktion, die er aufsucht. Wir treffen uns an der Bar, nehmen sie ein Separé. Ich muss nur noch einen Blick in meinen anderen Raum werfen. Fast schnell gewesen. Das Silver Knight, sagt sie, steht da ein silberner Ritter davor, Rettung naht? Kann man nicht verfehlen, sagt er. Wird sie ihn sitzen lassen? Ihn mit dem Fiasko allein lassen? Niemand würde wissen, wie man ihr auf die Spur kommen soll, es sei denn, sie wäre so blöd gewesen, beim Anmieten des Lagerraums ihren richtigen Namen zu benutzen. Sie aus den Augen zu lassen, ist ein Risiko, aber es geht nicht anders. Er ist zu 99 Prozent sicher, dass sie an der Bar sitzen wird, wenn er im Silver Knight durch die Tür kommt. Er schreibt nett. Straßendicht, Schneesturm, ABH, Morgen, Nacht. Er hat große Lust, die SIM-Karte aus seinem Telefon zu nehmen und sie dem gefriergetrockneten Bräutigam in die Brusttasche zu stecken, aber er widersteht dem Drang. Doch das Telefon schaltet er aus. Nicht ganz dunkel, aber dunkelgrau. Weiß nicht, wird nett zu dem Polizeibeamten sagen. Er hat mir eine SMS geschrieben, so gegen vier, da war alles bestens. Er wollte am nächsten Morgen in den Laden kommen und dann wollten wir den Transporter nehmen und die Einheiten ausräumen. Und das war's dann. ein Typ im Frack, gefriergetrocknet, echt, ohne Scheiß, keine Ahnung. Eins nach dem anderen. Erst schließt er die Einheit 56 auf. Alles ist, wie's sein soll. Mehrere Möbelstücke, leidlich gute Qualität, genau das, was im Meat-Tressel Käufer finden könnte. Schaukelstuhl, Kiefernholz, Quebec. Zwei Beistelltische, 50er Jahre, wie's aussieht, Mahagoni, dünne, ebenierte Beine. Darunter ist auch ein Arts and Crafts Schreibtisch. Die versiegelten weißen Tüten befinden sich in den drei Schubladen rechts. Perfekt, wirklich, maximale Bestreitbarkeit und es gibt keine nachvollziehbare Verbindung zu ihm. Keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. Ich hab den Lagerraum ersteigert. Ich hab den Zuschlag bekommen. Es hätte jeder sein können. Ich bin genauso buff wie sie. Nein, die Schubladen hab ich erst aufgezogen, als ich da mit im Laden war. Warum hätte ich es anders machen sollen? Ich verkaufe Antiquitäten, nicht den Inhalt von Schubladen. Dann kauft der Endverbraucher den Schreibtisch. Wahrscheinlich Montag und fertig ist die Laube. Er ist nur die Dropbox, der Lieferjunge. Auch Ned wird die Schubladen nicht öffnen müssen. Er hat ein ausgeprägtes Gespür dafür, welche Schubladen besser zubleiben. Sam kann die Lieferung getrost dort lassen, wo sie ist. Vor morgen Mittag wird niemand den Lagerraum stören. Bis dahin werden er und sein Transporter längst über alle Berge sein. Ein Blick aufs Telefon. Er hat eine Ich habe einen Fehler gemacht. Komm bitte zurück. Lass uns nochmal über alles reden. Er spürt einen Stich der Nostalgie. Das vertraute, gemütliche, sichere, zumindest relativ sichere. Schön zu wissen, dass es auf ihn wartet. Aber er schreibt nicht zurück. Er braucht dieses längliche Stück Zeit in freiem Fall, in das er im Begriff ist, einzutreten. Darin kann alles passieren. Als er im Silver Night in die Bar kommt, wartet sie schon, sogar in einem Separee. Ihr sofortiges Einvernehmen macht ihm Laune. Sie hat den Mantel abgelegt. Sie trägt die Art von Outfit, wie es einer Frau wie ihr gebührt. Schwarz wie eine Witwe, wie eine Spinne. Es passt zu ihrem aschblonden Haar. Ihre Augen sind hellbraun, die wimpern lang. Sie lächelt, als er ihr gegenüber in die Bank rutscht, aber nur andeutungsweise ein zartes, melancholisches lächeln. Vor ihr steht ein Glas Weißwein, kaum angerührt. Er bestellt das Gleiche. Es entsteht eine Pause. Wer zuerst? Sams sämtliche Nackenhärchen stehen zu Berge. Auf dem Flachbildschirm an der Wand hinter ihrem Kopf rollt der Schneesturm schweigend auf sie zu wie eine riesige Konfettiwelle. Ich habe das Gefühl, wir sitzen hier eine Weile fest, sagt sie. Darauf sollten wir trinken, sagt Sam und reißt seine großen blauen Augen auf. Er probiert den direkten Blick, hebt sein Glas. Was kann sie tun, außer ebenfalls ihr Glas zu heben? Ja, genau, das ist der Typ, gar keine Frage. Ich habe an dem Abend an der Bar gearbeitet, in der Nacht des Schneesturms. Er war mit einer heißen Blondine in einem schwarzen Kleid zusammen. Sie schienen sich gut zu verstehen, wenn sie wissen, was ich meine. Ich habe sie nicht gehen sehen. Werden die Frau wird unter einer Schneewehe gefunden, wenn das alles anfängt zu schmelzen? Also? Sie haben reingeguckt? Sagt sie. Hab ich, sagt Sam. Wer war er? Was ist passiert? Er hofft, dass sie nicht in Tränen ausbricht, das würde ihn enttäuschen, aber nein, sie beschränkt sich auf ein bebendes Kinn, ein Biss auf die Lippe. Es war schrecklich, sagt sie. Es war ein Unfall. Er sollte nicht sterben. Ist er aber, sagt Sam mit gütiger Stimme, diese Dinge passieren. Oh ja, das tun sie. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Es klingt so. Vertrauen sie mir, sagt Sam. Tut sie nicht, aber sie tut so als ob. Er mochte es, wenn man ihn klein ließ sich gerne strangulieren. Nicht, dass es mir Spaß gemacht hätte, aber ich habe ihn geliebt. Ich war verliebt in ihn, also wollte ich das machen, was er wollte. Natürlich, sagt Sam. Er wünschte, sie hätte davon abgesehen, dem mumifizierten Bräutigam einen Namen zu geben. Kleid, wie affig. Anonym wäre ihm lieber gewesen. Dass sie lügt, liegt auf der Hand, aber wie viel davon ist wirklich gelogen? Bei seinen eigenen Lügen bleibt er gern in Schussweite der Wahrheit, falls möglich. So muss man sich weniger zusammenspinnen, so braucht man sich weniger zu merken. Also stimmt es vielleicht zum Teil. Und sagt sie, dann war er's. Dann war er was, fragt Sam. Dann war er tot. Bei den Zuckungen, da dachte ich, er hätte einfach nur ein, naja, wie halt immer. Aber ich, ich bin zu weit gegangen und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Es war der Tag vor unserer Hochzeit, ich hatte das ganze Jahr seit Monaten geplant. Ich habe allen erzählt, er hätte mir einen Brief dagelassen, er sei verschwunden, er hätte mich sitzen lassen. Ich stand total neben mir. Es wurde alles geliefert, das Kleid, die Torte, das ganze Zeug und dann habe ich, naja, das das Komische an, aber ich habe ihn angezogen mit der Nelke im Knopfloch und alles und er sah so gut aus. Und dann habe ich das Ganze eingelagert. Ich konnte nicht klar denken, ich hatte mich so auf die Hochzeit gefreut. Die Einzelteile zusammenzuhalten war so, als hätte sie trotzdem statt gefunden. Sie haben ihn da selber reingeschafft, mitsamt Torte und allem? Ja, sagt sie. Ja, das ist ja meine Geschichte, sagt Sam, die nimmt ihnen bestimmt nicht jeder ab. Sie blickt hinunter auf den Tisch. Ich weiß, sagt sie mit leiser Stimme, dann sieht sie hoch, aber sie glauben mir doch, oder? Ist nicht mein Spezialgebiet Geschichten zu glauben, sagt Sam, aber sagen wir mal so, diese hier glaube ich ihnen vorerst. Vielleicht kriegt er ja später die Wahrheit aus hier heraus, oder auch nicht. Danke, sagt sie wieder. Sie erzählen es also nicht weiter? Dieses bebende Lächeln, die zerbissene Unterlippe, sie trägt dick auf. Was hat sie wirklich getan? Es ging garantiert um Geld. Hatte sie Geld von seinem Konto abgezweigt? War er ihr auf die Schliche gekommen? Gehen wir, sagt Sam. Der Fahrstuhl ist links. Das Zimmer ist dunkel, bis auf das schwache Licht, das von der Straße aus hinein scheint. Der Verkehrslärm ist gedämpft, ist ja kaum noch wer unterwegs. Es hat inzwischen angefangen zu schneien, aber so richtig. Der Schnee prasselt sanft gegen das Fenster wie ein Trupp winziger Kamikaze Mäuse, die sich mit Gewalt einen Weg ins Innere bahnen. Sie fest in seinen Armen zu halten, nein, sie fest zu halten, ist das elektrisierendste, was er je erlebt hat. Sie surrt vor Gefahr wie eine Hochspannungsleitung. Sie ist eine offene Steckdose. Sie ist die Summe seiner eigenen Unwissenheit, die Summe aus allem, was er nicht begreift und niemals begreifen wird. In dem Augenblick, in dem sie loslässt, ist er vielleicht schon ein toter Mann. In dem Augenblick, in dem er ihr den Rücken zukehrt, rennt er gerade um sein Leben, jagt ihm ihr scharfer Atem hinterher. Wir sollten zusammen sein, sagt sie, wir sollten immer zusammen sein. Hat sie das auch zu dem anderen Kerl gesagt, zu seinem traurigen mumifizierten Dubel? Er packt sie an den Haaren, er beißt auf ihren Mund. Noch hat sie ihn nicht eingeholt. Er hängt sie ab, schneller. Niemand weiß, wo er ist.